Ja, hallo und willkommen zu einem neuen LP. LP hier auf dem Kanal, es ist eigentlich ein, ja, ein unendlich LP. Wie ihr seht, wir spielen World of Warcraft. Ähm, ja, was soll ich jetzt zum Beispiel sagen? Ich hab mich jetzt natürlich super vorbereitet. Ich glaube, ich muss eigentlich nicht viel zu World of Warcraft sagen. Äh, ist das erste MMORPG seiner Art. Ich glaube sogar das erste überhaupt erschienen. Die erste, also die erste Version World of Warcraft, ist am 23. November 2004 erschienen und hat sich bis heute gehalten. Ist mit, äh, ist eigentlich, glaube ich, wie gesagt, der Trendsetter seiner Art im MMORPG-Bereich. Danach folgten Sachen wie Herr der Ringe Online, äh, Star Wars Online, äh, also The Old Republic, was ich auch habe, was ich vielleicht auch mal machen werde, aber jetzt machen wir erstmal WoW. Ähm, wie ihr seht, ich hab schon einen Charakter erstellt, einen Hexenmeister. Äh, ich möchte ein, zwei Sachen vorweg schicken. Ähm, ich werde das Spiel nicht so spielen, wie ihr euch das vielleicht denkt. Ich mach kein PvP, weil ich muss ehrlich sagen, ich hasse PvP. Ähm, ich werde einen, einen Charakter der Allianz nehmen, weil ich ja klassischerweise Mensch war. Ich hab ja auch in Warcraft immer Mensch gespielt und, boah, ich muss mich so konzentrieren, die Kamera da reinzugucken. Und, ähm, jetzt hab ich auf Mimica gar nicht gestillt, ups. Ähm, äh, ich werde ein Volk der Allianz nehmen, also in dem Falle werde ich die Menschen tatsächlich nehmen. Ähm, ich überlege jetzt gerade noch, ob ich einen Magier mache oder einen Nahkämpfer. Ähm, es gibt für jedes Volk, gibt es verschiedene Klassen. Also es gibt einmal alle Klassen durch, aber nicht jedes Volk hat alle Klassen. Ähm, BOW hat sich im Laufe der Zeit, ich hatte es anfangs gespielt, aktiv eigentlich erst bis Wrath of the Lich King. Und Cataclysm hab ich zwar mal damals auch gekriegt, aber dann nicht mehr gespielt. Und dann ist einiges ja noch dazu gekommen, ähm, ich glaub Edidan ist wieder zurückgekehrt. Jetzt sind wir bei Battle for Azeroth, 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 wie ich immer sage. Und, ähm, jetzt ist ja schon das nächste Shadowlands angekündigt. Ähm, wir fangen jetzt aber gleich einfach mit Level 1 ganz in Ruhe an. Ich werde das Spiel so spielen, äh, ohne PvP wie gesagt, ohne Battlegrounds, ohne, ohne Raids, ohne alles mögliche. Ich werde das einfach nur strikt nach den Quests durchspielen. Und, ähm, ja, versuche mir das alles ein bisschen zu erschließen, weil ich hab wirklich total die Übersicht verloren. Das ist inzwischen so komplex geworden mit den ganzen, äh, Demodeflüssen und wer kann mit wem und wer hintergeht wen. Ich weiß auch aus Erzählungen, dass, ähm, der König von Sturmwind zurückgekehrt ist. Ich glaub, der ist inzwischen auch schon wieder gefallen. Ich weiß es alles nicht. Ähm, bei der Horde gab's auch mehrere Wechsel an der Führung, an der Hordenspitze. Ich glaub, zuletzt war das Sylvanas, glaub ich, oder sie ist es immer noch. Ich weiß es alles nicht mehr. Ähm, ja, wir fangen auf jeden Fall jetzt ganz normal an. Wir erstellen uns einen neuen Charakter. Wir machen einen Klasse 1 Charakter. Wir fangen also ganz am Anfang an. Ähm, jetzt ist die Frage. Also, ich hab gesagt, dass ich den Menschen... Also, hier seht ihr zum Beispiel, es gibt Allianz und die Horde. Bei der Allianz gibt es... Während wir auf den Seiten der Horde die Orks haben, die Untoten, die Tauren, die Trolle, die Blutelfen und die Goblins. Jetzt muss ich grad mal überlegen. Ich glaub, die Blutelfen und die Draenei kamen, glaube ich... Äh... King oder Burning Crusade dazu, glaub ich. Und hier seht man ganz unten noch die Pandaren. Die kamen bei... Äh, dem... Nach Cataclysm kamen die dazu. Und hier seht ihr auch rechts die Klassen. Wer das alles kann. Ähm... Es gibt den Charakter, den Todesritter. Das ist einer, der fängt schon bei Stufe 55 an. Ähm... Mach ich aber nicht. Ich hab überlegt, ob ich ihn... Äh... Äh... Also, ich nehm ja auf jeden Fall einen Menschen. Da könnte ich dann zum Beispiel den Krieger nehmen, den Paladin, den Jäger, den Schurken, den Priester, den Magier, den Hexenmeister, den Mönch. Und den Todesretter. Aber der fällt ja schon weg. Also, ich mach jemanden, der... Äh... Distanzschaden... Distanzschaden... Ich bin jetzt überlegen, ob ich einen Paladin nehme oder einen Krieger. Krieger sind Kämpfer in Plattenrüstung, die nach Perfektion im bewaffneten Kampf streben. Im Gefecht erzeugen sie Wut, die für ihre Spezialangriffe genutzt wird. Paladine sind schwergerüstete Kämpfer, die Heilmagie verwenden. Interessiert mich nicht. Um Wunden zu heilen und das Böse zu bekämpfen. Sie können sich auf die Nutzung von Zweihandwaffen, Schilden oder Heilung spezialisieren. Dann nehmen wir den Krieger eindeutig. Dann können wir den jetzt ein bisschen anpassen. Äh... Gott. Weil das alle gibt, äh... Ja, nehmen wir so... Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Gesicht. Mir gefällt dein Gesicht nicht. Ich weiß gar nicht, ob es... Ob das früher auch schon... Machen wir erstmal die Haarfarbe. Machen wir so, wie ich bin. Ich bin ja so eher rot-blond. Und... Nehmen wir hier den knallroten. Und Bart. Ohne Bart. Sieht voll komisch aus, man. Ohne Bart. Ich meine, das ist bei mir wahrscheinlich einfach so gewohnt, weil ich jetzt so lange schon den Bart habe. Mh... So, die Frisur. Ich habe Glatze. So... Sieht aus wie Seamus. Ich habe überlegt, ich habe meinen allerersten Charakter. Ich weiß gar nicht, welche Frisur der hatte. Geht auch Glatze? Glatze, glaube ich, auch. Glatze gibt es auch. Immer einfach die Frisur hier. So. Äh... Geschlecht. Gibt auch weiter... Ohne, ist jetzt alles weg. Ne, machbar männliches Geschlecht. Äh... Name. Thrawnist. Mal gucken, ob er den schluckt. Jawoll. Hat er genommen. Und ich würde sagen, äh... Wir betreten dann den Reel. Also quasi den Server. Ich kann euch das ja mal zeigen. Das ist ein... Es gibt bei WoW seit... Battle for Azeroth, glaube ich. Gibt es kein PvP mehr, sondern nur noch PvE. PvE heißt... Heißt Spieler gegen... Players vs. Versus... Versus... Environment. Also Spieler gegen Natur. Das heißt... Es kann kein anderer Spieler... Kann mich angreifen. Es gibt aber gewisse... Ähm... POP... P... POP, genau. PvP-Schlachtfelder, glaube ich. Die gab es damals auch schon. Ach, egal. Auf jeden Fall könnt ihr da gegeneinander spielen. Das machen wir ja nicht. Und wir betreten jetzt die Welt. Und dann gibt es jetzt auch gleich eine kleine Story-Einführung. Obgleich Erfolg wie sich der Feldzug in Nordspielig. Und nun versuchen die Menschen ihre strategischen Stellungen auf der ganzen Welt zu fester. Ja, das war jetzt blöd. Sorry. Ja, das tut mir leid, da hat jetzt die Aufnahmen mittendrin abgebrochen. Ähm... Ja, ich werde das irgendwie zusammenschneiden. Und dann muss ich mal gucken, wie ich das mache. Ähm... Ja. Ist jetzt eigentlich nicht viel passiert. Er hat nur gesagt... Warte. Er hat jetzt nur gesagt, irgendwie, ja, nachdem der Menschenkönig wieder zurückgekehrt ist, gibt es den Krieg im Nordland gegen den Lichtkönig. Der war sehr kostenspielig. Ja. Und jetzt führt man wieder den Kampf gegen die Horde. Marshal McBride. Ihr seid also der neue Recruit aus Sturmmeldie. Ich bin Marshal McBride, Kommandant dieser Garnison. Ich bin froh, euch an Bord zu haben. McBride schaut, sieht ein paar Zettel durch. Thrawnest. Ihr seid Thrawnest, ja? Ihr seid genau zur rechten Zeit gekommen. Die Schwarzfeld-Orks haben es geschafft, sich durch einen Spalt im Felsen in den Nordhain einzuschleichen. Meine Soldaten tun ihr Bestes, sie zurückzuschlagen. Aber ich fürchte, sie werden bald übermannt werden. Begebt euch nach Nordwesten in den Wald und tötet die angreifenden Schwarzfeld- Schwarzfeld-Orks. Ach, Orks, nicht Orks. Helft meinen Soldaten. Tötet sechs Orks in den Schwarzfelds. Das Schwarzfelds. Ähm, ja, ähm, man muss dazu sagen, es hat sich wirklich sehr, sehr viel geändert. Was kann ich für euch tun? Ah, guck mal, ich kriege nicht Rüstung kaufen und alles. Ähm, es hat sich sehr viel geändert. Ähm, früher musste man hier am Anfang, boah, ich weiß gar nicht, ich glaub, Zähne von Wölfen sammeln. Und da war das tatsächlich so, jeder Wolf hat ja eigentlich von der Logik hier Zähne. Ähm, aber hier nicht. Hier habt ihr 50.000 Wölfe erschlagen und habt vielleicht drei Zähne. Das hängt mit der Drop-Rate des Zahns zusammen. Die war sehr hoch und niedrig und... Was ist das hier? Zerschmettern. Ich möchte mal zerschmettern. So, wir sammeln alles ein. Denn das gibt Kohle. Okay. Also mit dem Krieger hab ich noch überhaupt keine Erfahrung. Ähm. Weil ich eigentlich immer so der Distanzkämpfer bin. So tölt, warum greift der denn immer so wenig an? Warum greift der so langsam an? Ich bin schüttlich. So. Ähm, wie viel haben wir jetzt? Vier von sechs. Ähm, also ich verstehe das halt noch nicht so wirklich mit denen. So, das ist Wut. Dann brauchen wir unsere Spezialattacken, um auszuführen. Äh, zerschmettert ein Gegner und fügt ihm 15 körperlichen Schaden zu. Ah, okay. Komm her! Ah, der greift auch normal an. Okay, das muss man offenbar nicht immer drücken. So wie ich das jetzt verstehe. Ähm, wie gesagt, also beim Hexenmeister oder bei den Magiern ist es immer so. Man muss immer die Angriffsknopfe drücken. Hier muss ich das offenbar nicht. Aber ich bin ein Laie, was Nahkämpfer angeht. Ehre dem König freut. So, Worg. Äh, ihr habt uns ein wenig Zeit verschafft, Thrawnist. Aber wir haben jetzt noch ein größeres Problem, um das wir uns kümmern müssen. Die einfallenden Orks sind keine Narren. Sie schätzen uns ab, stellen sicher, dass ihre Angriffe zu ihrem Vorteil sein werden. Im Wald nordwestlich von hier lauen Spione der Schwarzfels-Orks. Sie kundschaften uns mit ihren Handfernrohren aus, überwachen jeden unserer Schritte und warten. Ich will, dass ihr sie angreift. Tötet die Spione der Schwarzfels-Orks. Wir müssen ihnen zeigen, dass wir sehr wohl wissen, dass sie uns beobachten, dass wir vorbereitet sind. Tötet acht Spione der Orks. Und da kriegen wir was dann für unsere Talie. Ich kann mal kurz das Inventar aufrufen. Das haben wir rechts unten jetzt. Und schon mal Handschuhe anlegen. Dann kriegen wir ein bisschen mehr Rüstung. Mein Gott, sieht das affig aus. So, jetzt müssen wir uns um die Spione kümmern. Ihr seht oben rechts das Radar. Und da einen markierten Bereich. Dort finde ich die Spione der Orks. Und gelb markiert heißt, die sind uns neutral gegenüber, bis wir sie angreifen. So, Level 2. Früher war es auch noch so, dass man dann zu einem Lehrer gehen musste, der uns dann trainiert hat. Aber das muss man offenbar auch nicht mehr machen. Wow, das war ein One-Hit-Wonder. Hi. Und die werden inzwischen, glaube ich, die Skills werden automatisch inzwischen dazugegeben. Also die neuen, was? Die neuen Fähigkeiten. So. One-Hit-BAMS. Hier, in your face. Kann das sein, dass man echt auf den Angriff quasi verzichtet. So. Gut, dann gehen wir die Quest auch direkt zurück. Ich weiß gar nicht, ich werde mal so, glaube ich, 20 Minuten Parts machen, ungefähr so 21 Minuten. Achso, was ich noch sagen wollte. Es kann sein, dass ich am Anfang ein bisschen länger brauche, bis ich das Spiel beginne. Weil bei mir hängt das dann immer kurz, wenn ich mit Shadowplay anfange aufzunehmen. Was kann ich für dich tun? Ich habe eine dringende Nachricht von Unteroffizier Willem erhalten. Wie sich herausstellt, haben die Schwarzfels-Orks globalische Auftragsbörder angeheuert. Sie haben unser Bataillon hinter dem Abteil aus dem Hinterhalt eingegriffen. Willem bat mich, ihm einen Helden zu schicken. Ihr müsst ihm helfen, Thrawnest. Findet Unteroffizier Willem nördlich der Abteil am Kommandozelt. Geht. Ziehe den Ehrenfonds. Jägerlehrerin. Hier sind nämlich die Lehrer. Achso, ich kann das mal eben anlegen. Haben wir ein bisschen mehr Rüstung. Die Dunkelheit und gibt euch nicht Krieger. Hört auf mit dem Geschwätz. Geht aus den Augen hin, fort mit euch. So. Mir Arbeit. Die haben sie einfach hier auch der Sound der Tonspuren aus der Warcraft 3 bedient. Das kann mir noch vor... Das kann mir noch während Warcraft 3 raus. Noch vor Starcraft 2 kam das raus. Glaub ich. Weiß ich gar nicht mehr. So, da ist der Unteroffizier. Habt ihr jemals einen Goblin gesehen, Thrawnest? Diese jämmerlichen, kleinen, grünhäutigen Monster mögen nur zwei Dinge. Geld und sich selbst. Die Schwarzfels-Orks haben sich goblinische Auftragsmäler zu Hilfe geholt, die unsere Soldaten töten sollen. Wenn ihr zum Feld im Norden blickt, könnt ihr schwach die Umriss erkennen. Was war das denn? Wie sie im Gras umherschleifen. Ihr müsst euch dorthin begeben und jeden Goblin töten, den ihr zu Gesicht bekommt. Sie müssen kapieren, dass man sich nicht mit der Allianz ansieht. Für die Allianz. Belebt. Achso. Habt ihr euch schon zum heiligen Licht bekannt, Bruder? Durch das heilige Licht werden wir errettet. Das heilige Licht versetzt mich in die Lage, dieses Überausfall der Soldaten zu heilen. Und durch das heilige Licht werdet ihr in der Lage sein, hinaus ins Feld nach Norden zu gehen und unseren gefallenen Bruder zu retten. Tragt dieses Gebetsbuch mit euch ins Feld und wirkt die heilige Berührung des Lichts auf die Verwundeten. Vier Soldaten heilen. Ja, ich krieg die hier ja schon alle markiert, wie ihr seht. Wie gesagt, gelb heißt neutral, rot heißt feindlich, grün heißt nett zu uns. So, zack. Dann heilen wir den einmal. He-Man. So, Stirbkartoffel. Stirbkartoffel. Und ich muss mir das mal anschauen. Ich verstehe noch gar nicht so genau, wie es funktioniert. Schaden pro Sekunde. Okay. Ja, ich muss mir das vielleicht mal angucken, wie der Krieger genau funktioniert. So. He-Man. Stirbkartoffel. Ah, es sucht. Es gibt. So, zack. Dann Metzeln mähen wir uns einmal hier durch. Ich werde nicht fürs Plaudern. He-Man. So, da haben wir jetzt die dritte Fähigkeit dazu gekriegt. Sturmangriff. Da müssen wir, glaube ich, ein bisschen weiter weg gehen, oder? Ja, genau. Schön nochmal nachsetzen. Ja, für die Allianz. So, zack. Wow, was war das denn? Ah, das war ein Magier. Okay, dann müssen wir noch einen hier erledigen. So, dann können wir die zwei Quests abgeben. Und dann sind wir jetzt hier auch schon wieder ein Stück weiter. Da-da-da-da. Was ist das denn da hinten? Der ist uns... Guck-Fettkerze. Die haben alle lustigen Namen hier. Ich glaube, ihr versteht nun nur, gesegnet sei das Licht. So. Aber ich bin auch Star Wars gewohnt, dass ich mit ihm mein Inventar aufmache. Das mache ich aber gar nicht hier. So, Weste des Wolfsjägers. So. Haben wir schon mal ein bisschen Rüstung. Hallo. Hallo. Meldet euch bei Marshal McBride vor der Abtei des von Nordheim im Wald von Elvin. Ausgezeichnete Arbe Thrawn ist. Sie werden uns definitiv nicht mehr in den Rücken fallen. Wir kümmern uns um den Nachzügler. Ich will, dass ihr zurück zum Marshal McBride geht, der südlich von hier vor der Abtei Nordheim steht. Lasst ihr ihm wissen, dass die Situation mit den Goblins unter Kontrolle ist. Jawohl. So, die legen wir auch direkt an. Im Laufen, Schuhe wechselnd, finde ich gut. Was ist für uns das primäre Attribut? Verstärkt Angriffe, ich glaube Ausdauer. Na egal. Ich will auf Damage eigentlich gehen. Dank eurer Hilfe ist es uns gelungen, die nördlichen und westlichen Albststände des Nordheims zu sichern. Dennoch gibt es im Osten immer noch ziemlich große Ansammlungen von Schwarzwaldsorps. Und sie haben damit begonnen, den Wald niederzubrennen. Bringt acht Waffen der Orks des Schwarzwaldsclans an euch. Die Orks haben begonnen, den Wald niederzubrennen, Thrawnes. Sie haben den Weilbeck im Osten übernommen und planen ihren Entscheidungsangriff auf uns. Sie müssen aufgehalten werden. Geht nach Osten, überquert den Fluss und tötet die wild gewordenen Orks des Schwarzwaldsclans. Sammelt als Beweis ihres Ablebens ihre Waffen ein und kehrt zu mir zurück. So, hier hat jetzt nämlich noch jemand eine Quest. Das nehmen wir direkt mit. Die möchte jetzt, dass wir den, äh, achso, ich kann es euch nicht mehr vorlesen. Äh, die Hoffnung ersticken. Tage wie diese an Tagen wie diesen lassen mich die Zeiten zurücksehen, in denen die Defias noch da waren. Der Kataklysmus hat einen Weg aus der brennenden Steppe geöffnet und jetzt überlaufen Schwarzwaldsorgs den Nordheintal. Das Nordheintal. Äh, sie haben mein Weingut übernommen und brennen es nieder. Sie brennen es nieder! Bitte, Thrawnes. Dieses Weingut ist alles, was ich habe. Nehmt mein Feuerlöscher und löscht die Flammen im Weingut. Vielleicht besteht noch Hoffnung für dieses Land. Ja, man muss vielleicht sagen, ähm, dieses Anfangsgebiet hat sich sehr stark verändert mit dem Add-on, was ich vorhin erwähnt habe, dem, äh, Cataclysm. Ähm, da ist... Oh, wie hieß der Drache denn nochmal? Todesschwinge, glaube ich. Ist, ist genau, ist nach Wrath of the Lich King, ist, ähm, aus seinem unterirdischen Gefängnis entkommen und hat dann die Welt einmal komplett verändert. Das hat die ganzen Anfangsgebiete verändert. Und, ähm, ja. Dann wurde der Drache besiegt und dann kam... Ich glaube, dann kam Pandaria, glaube ich. Und dann fing der Theater schon wieder mit der Rorde an. Zack. Zack. So, dann haben wir die ersten Waffen gesammelt. Ich bin außer Reichweite. Ja, pum. So, zack, zack. So, dann fangen wir mal an zu pumpen hier. Achso, ich darf mich da nicht bewegen. He, he, ich muss stillstehen. Komm her. So, zack, zack, zack. Warte mal, lass mal mal zu. Das Kildensystem interessiert mich nicht. So. Schwarzfeld, 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 oh, was war jetzt nix da? Nicht so, dass ich hier bin. Ja, es gibt drei Arten des Geldes. Oh. Drei Arten des Geldes. Das ist einmal Kupfer. Das ist das kleinste. Dann haben wir Silber. Und dann haben wir noch Gold. So, dann beende ich an der Stelle die Aufnahme und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei WoW. Ich werde die Aufnahmen jetzt direkt weiterführen. Oder? Ne, ich mache jetzt den Schnitt, ist besser. Sonst ist es nachher wieder so komisch mit dem Zusammenschneiden. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.